hi und willkommen zu diesem neuen wie entsteht eigentlich ja die eine oder anderen werden sich sicherlich noch daran erinnern dass es ein wie entsteht eigentlich auf diesem kanal schon einmal gegeben hat das ist richtig hast du gut erkannt kam auch insoweit super an also vielen vielen dank dafür aber eurem feedback zu entnehmen war das ganze wenig unterhaltsam oder das ganze bot wenig stimmung und das möchte ich jetzt an dieser stelle mit dieser neuen videoreihe so ein bisschen ändern ja es wird sich daher auch in der gesamten aufbaustruktur so ein bisschen weit ändern das heißt im klartext ich nehme die eigentlichen modellierungspart vorab einmal auf das heißt ich habe jetzt bereits fünf stunden material habe ich also part 1 eine stunde part 2 vier stunden was nicht bedeutet dass ihr euch auch diese vier stunden antun müsst sondern das ganze komprimiert ich ein bisschen auf 20 minuten halbe stunde runter für diejenigen die das ganze noch nicht kennen und die jetzt vielleicht auch neu dabei sind was entsteht hier eigentlich in dieser videoreihe oder in dieser neuen serie welche übrigens nicht auf netflix verfügbar ist sondern auch die only fans das ganze wird hier nur auf youtube kommen natürlich und ja aber was entsteht ja eigentlich das sind dann in der regel solche modelle ganze hier mal so ein bisschen zu recht war ja also das ist ja das mikrofon ist ein bisschen im weg aber das ist egal das ist jetzt in dem fall eine fünf achs teleskop tieflader relativ neu bei uns im programm ich stelle den mal wieder weg im maßstab 1 zu 14 ja das modell stammt 90 95 prozent aus dem 3d druck man muss dazu sagen reifen servos lenke stänge etc sind natürlich sogenannte zukauf produkte und die lassen sich schlecht drucken daher ja also felgen sind gedruckt achsen sind gedruckt aber eben dass dazu die lenke stänge und die zugehörigen reifen nicht also das muss man ganz klar dazu sagen kurzum hier in dieser videoreihe entsteht ein sogenannter 3d druck datensatz für entweder in dem 3d druck zu hause oder aber ja optional im druck service nur je nach bedarf ja jetzt kommt an der stelle allerdings ein kleiner haken haken ist übrigens ein schönes stichwort insbesondere für die zweite folge aber das seht ihr morgen haken das ist so ein leidiges thema aber na gut ja wir kümmern uns in dieser videoreihe so ein bisschen einer lokomotive der baureihe 130 bzw baureihe 232 ja das alles für sich mal ganz spannend ist auch insbesondere für die lkw modelle lkw modellbauer ganz interessant so jetzt würdet ihr euch sicherlich sagen okay was soll ich denn mit einem mini modell in 1 zu 87 ja kann ich verstehen also mit so mini modellen kann ich auch nicht viel anfangen es muss alles ein bisschen was größer sein jetzt könnte man sagen okay der nächste maßstab im modellbahnbereich was ein bisschen was größer ist wäre ich glaube 22,5 im gartenbahnbereich aber auch das ist noch zu klein ich setze da noch ein paar maßstäbe obendrauf also wer etwas mit einem klopper von knapp 1 meter 50 länge anfangen kann der sollte sich diese video reihe nicht dann gehen lassen im maßstab 1 zu 12 kommt dann ein bisschen was zusammen ja dann ja eventuell wobei er eventuell werde ich dieses modell auch in weiteren maßstäben anbieten das steht aber noch nicht fest das kann ich daher also an der stelle noch nicht versprechen es wird aber grundsätzlich schon so modelliert dass das ganze modell eben auf skalier fähig ist und damit auch in weiteren maßstäben angeboten werden könnte wohlgemerkt könnte das ist dann alles so ein bisschen experimentell das muss man ausprobieren wie es funktioniert und wie gesagt da möchte ich jetzt an der stelle noch nichts versprechen und ja zudem möchte ich dieses video wie gesagt ein bisschen was unterhaltsamer gestalten und ja wird das ganze daher so ein bisschen nach kommentieren hier und da ein bisschen was vorspulen das heißt ihr müsst euch also nicht diese vollen video materialien zu gemüte führen das wäre dann doch ein bisschen gummiband effekt das möchte ich euch nicht antun das wäre dann doch ein bisschen langweilig ja ich habe hier auf meinem linken monitor ich gucke hier auf meinem vorschau bild das kann ich ganz gut sehen hier habe ich meine videoschnitt software werde mir dann so einzelne snippets da rauspicken die dann ein bisschen kommentieren und ja euch ein bisschen was erklären was da gerade passiert ja ansonsten wünsche ich dir viel viel spaß bei dieser video reihe insbesondere morgen musst du unbedingt dabei sein denn morgen hat die ganze sache einen haken im wahrsten sinne des wortes und ja viel spaß ich switche hier jetzt einmal rüber und kommentiere das ganze einmal ja da hatte ich an der beleuchtung praktisch erstmal den beginn überhaupt gesucht und grundsätzlich ist es bei so modellen immer wichtig ja erstmal den anfang zu finden muss auch an der stelle einmal dazu sagen ich habe das ganze zum fünften und sechsten mal aufgenommen aber jeweils immer nur ja meine eigene facecam gehabt aber eben keine blender cam das war dann doch ein bisschen blöd und daher ist denn da jetzt schon die beleuchtung fertig das sind dann jetzt an der stelle ganz gut zu sehen so ein bisschen die sparmaßnahmen wenn man jetzt ein bisschen die die performance schonen möchte dann geht man hin und reduziert die polygone ganz bewusst also sprich miteinander das ganze märchen und ja ganz gut zu sehen dass ich ja relativ viel in den perspektiven switche also sprich zwischen ortografie perspektive häufig hin und her zu switchen ist ganz hilfreich ja schafft ein bisschen ja ein bisschen bessere sicht auf das ganze und ja ansonsten was man da jetzt auch ganz gut erkennen kann es sind bereits die vorrichtungen für die beleuchtung oder zumindest beleuchtungseinrichtung an dem ganzen eingerichtet das heißt da kommen dann zwei zwei oder drei millimeter leds müsste jetzt noch mal nachgucken werden dann da eingefasst das ganze dann entsprechend auch einigermaßen authentisch beleuchtet werden kann also sprich es ist zwar am ende ein stand modell vorgesehen ja aber eben mit einer gewissen teil funktionen und ja ansonsten für die pfiffigen user unter euch ihr werdet sicherlich schon im hintergrund erkennen dass die drehgestelle zu eben besagter lok bereits fertig sind das sind die die bei uns im online shop bereits enthalten erhaltet also die sind im online shop schon verfügbar die werden da also jetzt wieder verwendet und für die kunden die eben diese drehgestelle bereits haben können sich den späteren datensatz dann auch unter ja entsprechenden abzug des preises den sie dato bezahlt haben auch den restlichen datensatz natürlich sichern das ganze wird dann entsprechend auch so gestaltet dass es miteinander kompatibel ist so an der stelle habe ich jetzt angefangen vorne das schild langsam aus zu modellieren und ja ich würde sagen an der stelle spiele ich mal ein bisschen vor das ganze so ein bisschen in den zeitraffer zu sehen ja denn das wird jetzt ein relativ langwieriger prozess an der stelle also werden jetzt erstmal mehrere unterteilungen gesetzt dass das ganze später weil das das wird so ein bisschen und wir haben künftig das hochschuldigung da muss ich das ganze so vorstellen also so dass sie käme ich sollte nicht auf das vorschau bild gucken dann sehe ich auch was ich da tue ich weiß nicht ob ich da jetzt schon mit anfangen wie gesagt ich spiele das ganze mal ein bisschen vor dass er das ganze sind ja in zeitraffer verfolgen könnt und ich melde mich dann gleich wieder an der stelle Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ich muss an der Stelle einmal einwerfen, dass das Ganze natürlich in Freihandmodellierung komplett stattfindet. Das gesamte Modell wird in Freihand modelliert wie all unsere Modelle. Wir haben aber natürlich das entsprechende Referenz bzw. das zugehörige Bildmaterial zu dem Ganzen und können uns da dann entsprechend daran orientieren. Ja, ich blende an dieser Stelle auch einmal ein Bild von dieser besagten, ich nenne es jetzt mal Bauzone, Baugruppe ein. Genau, und ja. So, man kann jetzt ganz gut sehen, ich schiebe das alles so ein bisschen auf die gewünschte Position, wo es denn hin soll. So 100% zufrieden scheine ich da nicht zu sein, denn ich schiebe mir das immer mal wieder so ein bisschen zurecht und ich glaube... Ja, genau. Ja, genau. Also ich habe versucht, die Abstände zwischen den einzelnen Vertices relativ gleichmäßig zu halten. Und das ist gerade im 3D-Druck relativ wichtig, da die Polygon-Struktur ja auch im Druck später sonst sichtbar wäre. Das heißt, wir können das Ganze später unterteilen. Das sehen wir im Verlauf des Videos auch noch, dass ich da einen sogenannten Bevel anwende, um das Ganze noch stärker zu unterteilen. Und ja, richtig. An der Stelle kann man jetzt ganz gut sehen, dass ich mir da eine Hilfslinie gezogen habe, die ich jetzt gerade wieder gelöscht habe. Diese dient im Grunde, wie der Name schon sagt, eigentlich lediglich als Hilfslinie und soll das Ganze so ein bisschen unterstützen in der Hilfestellung, dass ich dann weiß, okay, wo muss was hin? Und ja. Genau. Es ist, wie schon gesagt, es ist alles insgesamt sehr, sehr zeitintensiv. Und viele Stellen müssen dann halt mehrfach bearbeitet werden. Wie gesagt, ihr seht es selbst. Das Ganze wird jetzt gerade in der Top-Perspektive bearbeitet. Ein bisschen schwierig zu handeln und ich muss das natürlich immer mal wieder mit den Bildern, ja, mit den entsprechenden Bildmaterialien abgleichen. Und ja, zumal das jetzt in dem Fall ist das jetzt auch erst die erste Schicht dieser Wand. Wir benötigen natürlich immer zwei Schichten, damit das Ganze entsprechend wasserdicht ist. Und also wasserdicht, damit es dann auch später druckfähig ist. Im visuellen Modellbau würde das jetzt schon reichen. Und ja, ich glaube, das dürfte jetzt auch schon der nächste Bauabschnitt sein, dass ich da die bereits zweite Wand gleich einziehe. Warten wir noch einen kleinen Moment ab. Ich habe ein bisschen ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich kann mir das alles nicht so merken, was ich dann da so gemacht habe. Daher schaue ich mir das jetzt gerade selber so ein bisschen an und versuche mich hier im Kommentieren. Ich hoffe, dass das Ganze auf jeden Fall was unterhaltsamer ist als die damaligen Teile. Und ja. Solltet ihr das Video bis hierher schon gefallen haben, gerne einen Daumen nach oben dalassen. Unbedingt. Abonnieren auch nicht vergessen, um die Folge, die dann einen Haken mit sich bringt, morgen nicht zu verpassen. Und vor allen Dingen die Glocke aktivieren. Ganz, ganz wichtig. Dass YouTube euch entsprechend auch die neuen oder die neuen Folgen in eurem Newsfeed mit vorschlägt. So, genau. Da geht es jetzt scheinbar über auf die zweite Wand. Also sowas wie der doppelte Boden. Ich markiere mir jetzt entsprechend da die Flächen, um diese einmal zu duplizieren. Dann bräuchte ich die nicht nochmal nachziehen. Ja, genau. Richtig. Da habe ich mir die ganzen Flächenanwand dupliziert. Etwas gestaucht oder etwas skaliert auf der X- und Y-Achse. Wichtig dabei, dass ich die Z-Achse ignoriere, damit wir die Höhe beibehalten. Das ist an der Stelle nicht ganz unerheblich. Denn die Rückwand muss natürlich die gleiche Höhe haben wie die vorderen. So, genau. So, das Ganze hat jetzt eine Wandstärke von, wenn ich das gerade richtig erkenne, 3 mm. Das heißt, ich habe mal immer wieder die Maßangaben ein- und ausgeblendet. Ist hier und da ganz wichtig, dass ich dann entsprechend auch mal ein bisschen einen Überblick über das Ganze habe. Denn ihr stellt später fest, umso mehr Flächen und umso mehr Edges vorhanden sind. Und wenn entsprechend viel markiert ist, geht dann sonst irgendwann unter den ganzen Bemaßungen so ein klein wenig der Überblick verloren. Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck. So, jetzt sehe ich hier gerade nichts, weil hier was aufgeploppt ist. Genau. Jetzt habe ich mir mithilfe des Cursors eine, ja, nicht sichtbare Hilfslinie nochmal zusätzlich gezogen. Um das Ganze entsprechend mit der vorhandenen Fläche zu loten, nenne ich es jetzt mal. Genau. So, richtig. Und jetzt wird das vorhandene Stückchen einfach um weitere Flächen ergänzt, dass ich diese dann auch entsprechend abschließend verschließen kann. Genau. So, jetzt ist das Ganze miteinander verbunden. Oben drauf sehen wir, ist das Ganze natürlich noch geöffnet. Das wird sich gleich im Verlauf noch ändern. Ja, da werde ich glaube ich gerade einmal die Flächen checken, dass alles auch so passt, wie es passen soll. Ja, jetzt wird die Beleuchtungseinheit schon erweitert. Alles natürlich unter der Prämisse. Ich habe zwischendrin, an welcher Stelle das jetzt genau war, müsste ich jetzt selber nochmal herausfischen oder raussuchen. Das gesamte Modell hat etwas mehr als 20 cm Breite. So, die meisten Drucker oder die meisten 3D-Drucker für den Hausgebrauch, die liegen ebenfalls im Bereich 20 x 20 oder 200 x 200 mm Druckvolumen. Das heißt, dieses Maß darf natürlich nicht überschritten werden, sonst wird es eng. Und das haben wir jetzt natürlich hier, oder das habe ich hier bei der Konstruktion natürlich berücksichtigt. Und entsprechend müssen da dann auch die Teile aufgeteilt werden. Und bei dem Schild war ich mir glaube ich erst nicht sicher, passt das oder könnte das eng werden. Aber das passt noch so gerade eben auf das Druckbett. So, auch hier ist es wichtig, wir sehen es jetzt zum Beispiel die äußere Wand im Vergleich zur Inneren. Wir müssen natürlich ein gemisses, ein gemisses, vor allen Dingen, ein gemisses Maß, ein gewisses Maß einhalten. Damit das Ganze dann später nicht zu dünn wird. Und wir sehen es, wie gesagt, am unteren Abschnitt. Da hatte ich jetzt kurzzeitig einmal ausprobiert, wie das Ganze wirkt, wenn man das was breiter macht. Aber das habe ich dann im Nachgang auch gelassen, weil ich festgestellt habe, okay, das ist nicht sehr schlau. Und daher, naja. Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das da jetzt schon verschließe. Ich glaube, ich glaube ja. Ja, tatsächlich, genau, der Boden der Beleuchtungseinheit wird jetzt entsprechend verschlossen. Oben. Und dann kann ich das Ganze mit einer sogenannten Loop-Selektion vollständig markieren. Und dann entsprechend weiter verschließen. So, jetzt ist natürlich die Rückwand der Beleuchtungsfassungen, ja, richtig, da kümmere ich mich hier jetzt rum. Die war jetzt verschlossen. Und damit das Ganze natürlich auch einen, ja, geschlossenen Volumenkörper ergibt, muss das Ganze so nochmal miteinander verbunden werden, dass das Ganze auch zugänglich bleibt. Hier bereite ich jetzt schon eine Stellfläche vor. Und das hat den Vorteil, dass man das Ganze später mit entsprechenden Kontaktpunkten oder Verbindungsstücken, ja, auch miteinander verbinden kann. Das sieht man jetzt hier, dann werde ich mir das Ganze, ja, richtig, das Ganze heraus extrudieren. Rückseitig werde ich da oder innenseitig die Flächen löschen und das Ganze, weil es auch nicht verbunden ist, noch miteinander merchen. Und, ja, damit haben wir jetzt eine, ja, vorbereitete oder zur Extrusion vorbereitete Fläche. Wir werden das über die gesamte Loklänge natürlich nicht extrudieren können, da sonst einfach die besagte oder das besagte Druckvolumen überschritten werden würde. Daher machen wir das Ganze so. Also sprich, das Ganze wird dann unterteilt, wird dann mit ein paar Steckverbindungen wieder zusammengefügt. Dann geht das im Regelfall auch wieder. Das ist also auch für mich jetzt gerade ganz interessant, das Ganze mal so in der dritten Perspektive praktisch zu sehen. Denn meist ist das, wie gesagt, einfach so ein laufender Workflow, den man dann so während des Arbeitsprozesses an und für sich gar nicht wahrnimmt. Das wird bei euch bestimmt ähnlich sein. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eine aktuelle Arbeit in Arbeit habt, dann, ja, jetzt sehe ich gerade, okay, hier geht es scheinbar gerade nicht weiter. Da werde ich vermutlich mich um die Sorgenkinder drüben im Nachbaraum gekümmert haben. Ich werde an der Stelle einfach mal gerade einen Schnitt machen und ich bin dann sofort wieder da. Jo, so, da ist er wieder und weiter geht's. Jo, alles klar. So, ich ziehe mir das Bild hier mal wieder ein bisschen größer, dann erkenne ich aber was. Ja, wundert euch nicht über meine Jimmy Neutron Frisur, das ist den Kopfhörern geschuldet. Denn ich muss natürlich auch hören, was ich da gemacht habe. Also sprich mir das Bild ganz genau anhören, ne? Tja, heute Abend gucke ich auch wieder Radio und wie das dann eben so ist. Äh, da habe ich, was habe ich denn da gemacht? Ähm, das dürfte, oberhalb der Beleuchtungsleiste ist so ein, ich nenne es jetzt mal Trittbrett. Also für die Trittbrettfahrer, haha, und so. Ja, ja doch genau, das war dann der Trittbrett, oder das Trittbrett eben. Ähm, ja, ist jetzt nicht allzu spannend, dass da jetzt in der Breite nochmal ein bisschen korrigiert. Ähm, ja, ansonsten dürfte da jetzt gleich ein interessanter Teil kommen, wenn ich das gerade noch richtig in Erinnerung habe. Genau, ich markiere, ja, richtig. Ähm, ihr habt nämlich beispielsweise, wenn ihr das jetzt auch mal selbst machen wollt, wenn ihr sowas markiert, könnt ihr mit Alt S eine, ähm, ja, wie nennt sich das? Äh, jetzt komme ich nicht auf diese Bezeichnung. Ähm, eine verzehrfreie, ne, das hat jetzt nichts mit Getränkemarken oder sonst irgendwas zu tun. Ähm, ja, eine verzehrfreie Skalierung durchführen. So, ne, also sprich, wenn ihr jetzt eine Loop-Selektion habt, dann habt ihr eine, eine gleichmäßige Skalierung in dem Modell, ohne dass sich dabei irgendwas verzehrt. So. So. Vielleicht könnt ihr diese Methode auch auf dem letzten, ja, auf dem nächsten Schützenfest anwenden. So. Dass ihr einfach sagt, ja, ich hätte gern ein verzehrfreies Bier oder dergleichen. Vielleicht funktioniert's ja. So, genau, jetzt wird das Ganze miteinander verbunden. So, warum ich diesen, äh, ja, diese, diese besagte Skalierung jetzt an der Stelle gemacht habe, das könnt ihr gleich noch sehen im Verlauf. Denn ich wollte das Ganze so gestalten, dass da so eine, so eine kleine, ja, Erhebung entsteht. Ähm. Warte, ihr habt ein Blech und im Ganzen wird so, ja, so ein Blech ummantelt, wenn man so möchte. Und dann hat man ja unten immer diese, diese Blechkante, die da noch absteht. Äh, ja, relativ, ich weiß nicht, wie ich das sonst jetzt beschreiben soll. In etwa das habe ich da damit nachempfunden. Und so hat diese, ja, Skalierung ein, ja, eine Wandstärke von, ich glaube, 1,5 oder 1,7 Millimeter. Ist also damit noch druckfähig. Das kann, ja, richtig, jetzt kann man es ganz gut sehen. Ähm. Ähm. Da werde ich jetzt gleich den, den oberen Abschnitt entfernen in einer Loop-Selektion. Genau. Entfernen. Und dann werde ich das Ganze wieder verschließen. Und dann hat man eben diesen besagten Effekt, dass man unten diese, ja, ich nenne es jetzt mal Blechnase hat. Und das Ganze dann somit etwas mehr an Tiefe gewinnt. So. Genau. Und an der Stelle spule ich jetzt einfach nochmal ein bisschen vor. Ne. Genießt einfach ein klein wenig die Bilder. Ich stehe jetzt auch schon bei, ja, knapp einer halben Stunde. Ich will mal gucken, dass ich die künftigen Folgen alle, wie gesagt, so auf 20 Minuten, eine halbe Stunde reduziert bekomme. Und, ja, ich werde dann gleich nochmal ein paar Worte dazu sagen. Und wünsche an der Stelle erstmal nochmal gerade viel Spaß mit dem Zeitraffer. Und ich melde mich dann gleich nochmal wieder bei euch. Und ich melde mich dann wieder bei euch hinaus. Und ich möchte euch spy dir, ja, bah ich Pollack. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, so, da bin ich wieder. Ja, ich hoffe, euch hat das letzte Zeitraffer noch ganz gut gefallen. Ja, war so ein bisschen beschleunigt auf, ich glaube, die achtfache Geschwindigkeit oder so, aber das könnt ihr ganz gut unten rechts in der Ecke anhand der Uhr erkennen, wie viel Zeit für, ja, das bisschen Arbeit drauf ging. Ja, ich sehe schon kommen, wie ihr jetzt gerade alle munter wieder zurückscrollt. Ja, das ist ja reizend anzusehen. Ja, die Folge haben wir uns ja relativ viel mit diesem besagten Schild auseinandergesetzt und abschließend ging es ja in Richtung der, ich kenne die Fachbezeichnung dafür gar nicht, diese Kupplungsöffnung. Wenn du die Fachbezeichnung für diese besagte Öffnung der Kupplung kennst, gerne unten in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen, unbedingt. Und natürlich abonnieren nicht vergessen, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, was gibt es jetzt sonst groß noch zu sagen für diesen Teil? Im nächsten Video oder das nächste Video wird sicherlich einen Haken mit sich bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe da, ich weiß nicht, um die vier Stunden, glaube ich, habe ich da aufgenommen. Ähm, oder zwei, weiß ich gar nicht genau. Wobei zwei und vier Stunden, das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied, aber müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Es war auf jeden Fall einiges an Zeit nur für eben besagtes Bauteil draufgegangen. Ähm, aber das seht ihr in der nächsten Folge und wie gesagt, dafür abonnieren nicht vergessen. Ähm, ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Eure Meinung zu diesem, ja, neuen Videokonzept zu Wie entsteht eigentlich? Werde ich gerne unten in die Kommentare, was hältst du jetzt von diesem Konzept? Hat es dir Spaß gemacht beim Zuschauen? Oder aber, was könnte man noch ändern? Oder was könnte man noch verbessern? Und, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, bis beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, erstmal bleib gesund, halt die Ohren steif. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.